seid gegrüßt zurück zu stronghold crusader wir wollten jetzt die schlange platten machen und mit etwas glück funktioniert das sogar das heißt die räumt jetzt die mauer hier erstmal jetzt geht ihr und ihr geht hoch dann kommt ihr gleich nach wenn ich angefangen jetzt weiter rein und jetzt sind die hochstürme auf dem werk los 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 man dürfte sogar klappt ja ihr solltet beten aber erst wenn ihr die schlange gesiegt habt das hat doch gut funktioniert jetzt müssen wir aber ein paar bogenschutz ausbildung bedingt um die eisenminen zu schützen sonst kommen da bald ein paar sklaven vorbei und das wollen wir ja nicht erstens bin ich gegen sklaverei zweitens bin ich für meine eisenminen und drittens die eisenminen mögen kein feuer diese nicht raucher es werden rekruten benötigt sein wobei eigentlich kommt da sehr viel raus bin zur stelle sollte ich mal überdenken vielleicht wollen die sklaven ja auch einfach nur helfen damit das eisen besser geschmolzen wird der herr ist allgegenwärtig ähm wie stömen wir denn die blaue schlange norden wäre am einfachsten da ist aber kartenrand mhm tatsächlich könnte die gelbe schlange mich dort ein bisschen stören oh die blaue schlange kreift an wir könnten einfach von rechts reinschießen das mache ich auch wir schießen einfach rein das gebiet hat sich gelehrt inz uuuh eine nachricht der schlange ihしょ diese schritte der vater tot ist auf dem weg zu uns ähm denn die erste stelle eine nachricht der schlange er setzt ist aus mein freud oh Oh, die haben tatsächlich meine Kalisten verstört. Greift gemeinsam an. Das sind echt viele. Ich meine, das werden wir trotzdem halten. Aber der wird tatsächlich langsam gefährlich. Also. Ich habe jetzt nicht die megamäßige Verteilung, wenn ich jetzt Ambruss schützen und so hätte. Mit einem Wassergraben ziehen und so, dann wäre das alles überhaupt kein Problem. Aber. Ich habe auch nicht zu viele großen Türen mit Ballisten gebaut. Also ich habe zwei Stück. So, bin ich im Rahmen. Aber das doch recht. Mit der noch ein bisschen mehr Zeit, wird der wahrscheinlich hier tatsächlich irgendwann durchkommen. Ich meine, ich habe hier vorne 17, dann nochmal 22 Bogenschützen. Das ist jetzt auch nicht so schrecklich viel. Die Mauern sind dick. Ja. Haben wir es mit mir gemeinsam. Irgendwas. Da, komisch. Ah. So, ist es richtig, oder? Ja. Ja. Äh, da, 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 da. Holen wir mal noch ein paar Soldaten bei. Wenn Rekruten benötigt sei. Noch gar keine Bogen schützen in der Angriffsarmee. Meldet euch freiwillig. Ein weiter Weg. Ihr dürft Pfeile auf eine Schlange schießen. Ja, ist das nicht ein tolles Angebot? Wer von euch? Keine Ahnung. Da kommt nochmal der Orangestuhl. Der hat schon ewig nicht mehr angegriffen. Ja, doch. Doch ein paar Angriffssoldaten hat er. Das sieht man in der arabischen Bogenschütze, ne? Die benutzt er nämlich nicht zur Verteidigung, sondern nur zum Angriff. Ich kaufe mal nur ein paar Hanisch ein. Ja, Herr, bin zur Stelle. Waffen benötigt sei. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Mal auch hier rüber. Bin zur Stelle. Euer Gnaden? Dann. Es werden Rekruten benötigt sein. In der Wunst zählen. Wollen wir ein paar Menschen noch dazunehmen. Bogenschützen bereit. Ihr Kopfballier hochkommen. Und ihr... Ach, ihr seid schon auf aggressiv gestellt. Gut. Und wir können sogar die Steuern erhöhen. Das ist doch mal was. Und wir kriegen sogar genug Eisen, dass wir ab und zu was verkaufen können. Eure Befehle? In Bewegung. Ähm... Bin zur Stelle. Ja, mit den Bogenschützen können wir. Bin zur Stelle. Können wir loslegen. So, herkommt. Bin zur Stelle. Ja. So, dann kommt ihr viermal noch hierhin zur Unterstützung. Und wir brauchen wir hier einen Brunnen. Irgendwie interessiert der sich... Scheiß für meine Minen. Er will grundsätzlich nur hier oben die Steinbrüche. Okay. Und... So gut wie erledigt. Ist das nö? Ist drüber. Aha. Eure Beliebtheit sinkt. Eure Beliebtheit sinkt? Das Volk liebt euch, mein Lord. Was sinkt sie denn? Ach, sie sinkt ab und zu weicht die Religion in den Aus. Ja, hör. Bin zur Stelle. Ein sehr schrecklich trauriges... Ein weiter Weg. Ähm. Es handelt davon, dass es nicht genug Pfarrer gibt. Und deswegen die Leute nicht... Wichtig gesegnet werden können. Mein Herr. Ein weiter Weg. Ähm. Bin zur Stelle. Das Volk liebt euch, mein Lord. Boah, jetzt ist es, glaube ich, etwas stabiler. Bin zur Stelle. Ja, hör. Bin zur Stelle. Ja. Kommt mal rüber. Ein weiter Weg. Oh nein. Bogenschützen bereit. Wie viele von meinen Soldaten habe ich da jetzt schon verbraten? Ein weiter Weg. Oh. Oh. Steck ich irgendwo einen Qualskreiser hin? Eins. Zwo. Drei. Vier. So. 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 Und. So. Machen wir es mal so. Es gibt sogar ein bisschen Käse. Das heißt aber eigentlich, ich kann die Steuern hochsetzen. Und wenn da ab und zu mal ein bisschen Käse kommt, dürfte es das ausgleichen. So. Wir haben 71 Bogenschützen. Das reicht. Dann. Sammeln wir jetzt alle. Schützen bereit. Hier oben. So. Im Weg. In Bewegung. Bin zur Stelle. Ja. Mein Bogen ist teuer. So. Bin zur Stelle. Mein Herr. Rücken aus. Eure Befehle. Ob. Ein weiter Weg. Wie kann ich helfen? Und. Gut. Das hat schon mal gut geklappt. Ihr könnt tatsächlich mal hingehen und hier einfach alles zerstören. Hier kommt hierher. Zack. Wir haben hier auch das ganze Gebiet dann abgedeckt. Zerstört ihr jetzt mal die Waffenkammer und alles, was dazwischen ist. Und jetzt stellen wir mal hier hin. Oh. Boah, das kriegt ihr. Ob. Verstören. So gut wie tot. Bogenschützen bereit. So gut wie erledigt. Ähm. Da mal eine Waffenkammer. Die können wir auch mal zerstören. Ja. Es wird ein Waffen zerstören. Es werden Rekruten benötigt sein. Und dann dürfte der blaue sogar bald ausgeschaltet sein. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist teuer. So gut. Eine Nachricht der Schlange. Oh, 9000 Gold hat er. Äh. Ja, doch, das wird ein bisschen dauern. Komm, schießt einfach mal dahin. Und dann pumpen wir euch einfach mit Stein voll. Dann könnt ihr mal eine Zeit lang da hinschießen. Der zieht sich jetzt zurück. Oh, da haben wir nicht genug Steine. Na ja, kommt ihr mal her. Oh, da geht's. Oh, da geht's. Mein Bogen ist teuer. So. Katapult bereit, mein Lob. Die Steinvorräte sind... So, dann schließt mal das Ding ein. Ähm. Es werden Rekruten... Eine Nachricht der Schlange. Was ist... Noch zwei Bögen haben wir. So. Hier rüber. Gut. Noch 7000 da da. Du benötigst... Eine, aha. So gut wie erledigt. Katapult wird bewegt. Ähm. Gießt ihr nicht? Angeblich könnt ihr doch treffen. Könnt ihr scheinbar doch nicht. So gut wie erledigt. So. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht das wirklich nicht. Was brennt denn? Oh. Meine Käsefarm. Das stört. Ja, ja. Es werden Waffen zur Stelle. Es werden Rekruten... Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Mein Herr. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Da hat er Waffen drin. Und wenn wir die zerstören, werden wir auch ganz praktisch. Es wird eine Menge Bogen schützen da. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten hervorragend sein. Ich stimme einfach mal zu. Hervorragend klingt gut. Ich lasse mich gerne loben. Bin zur Stelle. Bravo. Ah. Natürlich. Bin zur Stelle. Und... Ich bin noch ein paar Mönche. Ein weiter Weg. Bogenschützenbereit. Wir benötigen Steine. Er will hier nicht schießen. Mein Bogen ist euer. Klingt ja schon fast nach Hochverrat. So gut wie erledigt. Wenn jemand nicht schießen will. Ah. Die Baumeistergilde wäre auch. Okay. Eure Befehle? So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Die braucht er nicht. Versprochen. Oder so. Zumindest wenn es nach mir geht, braucht er die nicht. Ihr seid doch auf aggressiv. Zerstört doch mal die Holzfäller. Es sind immer noch drei Holz. Irgendwas steht in Flammen. Ab und zu. Wird ne Käserei zerstört. Eure Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Ja. Ein weiter Weg. Das ist wahre Macht. Bogenschützenbereit. Mein Bogen ist euer. So gut wie erledigt. Genau. So hast du noch 3000 Gold. Und der Markt ist kostenlos. Mein Herr. So gut wie erledigt. Ah. Da waren nochmal 100 Gold. Das waren auch 100 Gold. Das war nämlich glaube ich ein Pygma. Ja und das sind jemals 200 Gold. Falls natürlich. Langsam geht ihm das Geld aus. Die Soldaten hat er dann da drin. 132. 132 zu viel. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Und mein Herr. Bin zur Stelle. Ich brauche euch an der Front. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Ähm. Hier sind wir hoch. Habe ich euch befohlen aufzuhören? Ne aber ihr habt das Kriegs... Äh ihr habt das Ziel zerstört. Ja. So. Oh. Dort werden sogar die Bumschützen erschossen. Mit der Mauer. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ah. Ich habe das gut. Hier wieder eine Käsefarm. Ja. Die arme Käsefarm. Die armen Kühe. So gut wie erledigt. Echt nicht tierlieb. Und an der Stelle würde ich sagen, wir haben genug gesprächt. Wir können den Angriff wagen. Aber ich bedanke mich an der Stelle erst mal fürs Zusehen. Wir wünschen noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die blaue Schlange platt machen. Bis dahin. Ich wünsche euch doch das Gute und Tschüss. seid gegrüßt zurück zu stronghold crusader wir sind immer noch dabei die blaue schlange zu besiegen und da zwei haben wir schon und die gelbe schlange sowie die orangen schlange die werden um einiges einfacher und allein weil der eingang hier oben ist und er und die schlange hier nicht an steine und so kommt heißt wir sind jetzt dabei die gefährlichste schlange auszuschalten in bewegung bogenschützen bereit schießt man da oben den turm an das mein herr rücken aus ja und 86 keulen träger wieso schießt ihr nicht ja gut es ist vom winkel her schlecht wird gerade da die mauer ist aber ein paar von den stein treffen und es sind immerhin vier es wird ein rekruten immer sagen er war das was du bin ich mir sicher nachricht der schlange wäre bestimmt nicht mit geld dafür das ist doch toll so das heißt ihr marschiert jetzt hier rüber hier rüber jetzt war die blaue schlange auf dem weg eine nachricht der schlange das läuft alles nicht wie geplant aber es sieht trotzdem ganz gut aus wir müssten nur diesen blöden turm zum einsturz bringen den er jetzt einmal wieder aufgebaut hat die schlange haben wir wieder alle unsere bogenschützen verloren aber das ist das passiert immer dafür bräuchte schilder die schlange haben wir dann auch wenn wir jetzt mal soldaten sammeln für die nächste schlange das wäre in der boutique echt praktisch bin zur stelle es werden rekruten benötigt nicht aber wieder weniger soldaten es werden rekruten benötigt also Leute zum rekrutieren ähm es werden rekruten benötigt seien bin zur stelle es werden rekruten benötigt seien so bin zur stelle ein block 60 bogen schützen lassen ich habe dich gar nicht angegriffen ach so deswegen ja eine nachricht meine schlange er ist aus mein freund sieht das endlich ein da jetzt du hast meine kapelle angezündet du hast meine kapelle angezündet er hat meine kapelle angezündet äh wer hat ein bilder wer rastet der rastet also ja von mir aus meine obstfam aber meine kapelle bin zur stelle niemand zündet meine kapelle an bogen schützen bereit ein weiter weg ich weiß zwar nicht wie so ein reiner steinbau brennen kann aber darum geht es nicht er hat meine kapelle angezündet ein weiter weg ein weiter weg jetzt meine kapelle anzünden dann mir mit bogenschützen auf die nerven gehen jetzt schieße ich in grün und boh jetzt schieße ich in grün und boh jetzt schieße ich in grün und boh sie ist da trin sie ist da trinnen Katapult, bereit so kon mir wir haben da oben so viele bodenschütze und die schaffen es nicht die sklaven das ist mir jetzt egal er hat meine kapelle abgefackelt falls jemand fragt warum ich jetzt so viele katapulte bauen niemand fackelt meine kapelle es werden dann holen wir noch ein paar schwarze ist man bis dahin wer braucht den turm nicht mehr was glaubst du eigentlich wer du bist du hast meine kapelle angepackt das war meine und die hat nicht zu brennen so gut wie erledigt verstanden so gut wie erledigt ist da unten mal die steine steine sind doch nicht unser problem jetzt wird die farm weg ist kommt hier mal her haben wir bald genug soldaten gut ich glaube jetzt hast du nichts mehr ein ochsen ja funktioniert noch da noch dort unten dann bin zur stelle da im pro aus was haben wir hier für soldaten 40 von 23 münsche in noch ein bisschen weniger es werden rekruten benötigt sein schützen bereit ein weiter weg ich glaube wir haben mittlerweile das kriegen wir trotzdem hin mein bogen ist euer belagerungsgeräte bemannt mein herr ich gehe nach hause tut gut bin zur stelle es werden rekruten so hoch ich habe genauso viele bogenschützen wie er soldaten erledigt das mal was gibt's in bewegung eure befehle das seht ihr eigentlich trotzdem doch wie sie vorrangig die bogenschützen das schießt gespannt er ziel angepeilt oben das hat nicht gereicht mein bogen ist euer das ist schade bin zur stelle meine herr fehler das wird reichen bin zur stelle rücken aus geht hoch und die menschen dürfen sich für die zerstörte kapelle rächen wer rastet der rastet wie viele soldaten hatten da orangen 122 ich muss ja immer sagen ich kann das immer sehr schwer einschätzen wie viele soldaten das sind weil 122 vom grafischen her also wenn ich die leute so sehe es wirkt für mich nie als wären das 122 soldaten also es wirkt immer so relativ wenig erledigt ihr jetzt bitte dort die restlichen bogenschützen und soldaten und so es werden rekruten erledigt die mal da sind noch zwei und jetzt sind noch drei das war's so ja doch wollen wir noch ein paar menschen mehr damit die auch da wirklich durchkommen in den orangen mächtigen katapultus und nicht einsetzen jetzt löst ihr das problem sendet der meine kapelle an ich glaube dem hakt eine nachricht der schlange wir sollten abrücken wo wir vielleicht eine idee noch darfst du es werden rekruten benötigt sein mein bogen ist teuer noch darfst du keine nachricht der schlange ja schon nicht im grunde meines herzens bin ich auf eurer seite ah ah glaube ich nicht niemand deckt meine kapellen anzünden der ist bestimmt nicht auf meiner seite sind auf dem weg das nehme ich persönlich ein weiter weg nein meine befehle ich bin gespannt wie sie ihre an viel angepeilt ja ja den ab wenn möglich das läuft nicht so gut wie noch mal zurück 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 wir beschleunigen ein bisschen es werden rekruten benötigt sein es werden rekrut mit zur stelle mein herr sind auf dem weg so herkommt neuen katapult ist ein bisschen die anderen schlange was zu beweisen nein eigentlich wollte ich nur eine rechnung in bewegung bin zur stelle es werden rekruten benötigt dann kommt leute von mir sind auf dem weg eine nachricht der schlange er hat noch recht viele soldaten mein bogen ist teuer und jetzt habt ihr sehen ach und er war so lieb und hat die treppe verbunden so und an der stelle will ich mal sagen was das gedanken mich fürs zusehen wünsche euch noch einen gesegneten tag und ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal super tschuss 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 tschuss